Willkommen zurück zu Decay the Mayor und ich bin ein Dusselkopf, natürlich, denn ich habe ja ganz vergessen, dass ich ein Fernrohr seit neuestem habe und das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Und mal abgesehen davon, dass wir uns noch nicht angeguckt haben, haben wir es natürlich auch noch nicht ausprobiert und das machen wir jetzt mal hier durch diesen Schacht. Mal gucken, ob wir dann weiterkommen. Und natürlich kommen wir weiter und natürlich finden wir auch noch den Code mit dem roten Schmetterling mal wieder. Vielleicht sehen wir auch bald die Tasche wieder, die natürlich auch nicht die Mutter ist, wie ich anfangs erst so verstanden hatte. Nein, wir sollen ja die Mutter sein von der Tasche, aber das sind wir wahrscheinlich auch nicht, weil wir sind ja Sam, der drogenabhängige Typ, der seine Tabletten nehmen soll. 1686 steht jetzt hier, ich hoffe, das wird der richtige Code sein. So, lange kann man sich hier aufhalten. 1686, habe ich was falsch verstanden? Und können wir auch durch das Fernrohr, ähm, 16? Oh Gott! Oh mein Gott, Herzinfarkt! Boah, scheiße! Was war das denn, Alter? Boah! So, jetzt bin ich wach und mir ist warm. 9, 8, 9, 1, alles klar, dann eben was anderes. Boah, jetzt traue ich mich. Alter! 9, 8, 9, 1. Das war mit Absicht falsch gemacht. Ich bekomme wieder eine Errungenschaft, die Metallkiste. Und ich bekomme noch eine Münze. Das haben die mit Absicht so gemacht, dass man da extra nochmal durchgucken muss. Ich will jetzt wissen, ob es nochmal wiederkommt. Nein, nicht untersuchen verwenden. Nein, nicht untersuchen verwenden. Ne, jetzt kommt der nicht nochmal wieder. Hallo? Komme ich hier wieder raus? Hä? Ich sehe hier gerade meine Maus nicht mehr? Hallo? Irgendwie reagiert mein Spiel gerade nicht. Hä? Moment. Hä? Ganz merkwürdig. Irgendwie habe ich meine Maus nicht mehr gesehen. So, äh, Münze, Schlüssel, Home, wo soll es denn jetzt nach Hause gehen? Übrigens, das Gemälde mit dem geschlossenen Auge, das geht auch auf, wenn man die Kamera benutzt. Habe ich auch schon ausprobiert gehabt. Ähm, vielleicht zu Jack Ross ins Zimmer. Schön nach Hause zu ihm. Vielleicht geht es ja dann da hin zu ihm. Und vielleicht kommt ja auch links rechts jetzt der eklige Typ. Keine Ahnung. Und das geht natürlich. Juhu. Es ist so dunkel hier drin. Ich kann gar nicht sehen. Das ist natürlich schön bei so einem Vieh, was einen erschrecken will. Aber wir haben ja unsere Kamera. Okay, das ist echt gruselig, jetzt hier mit der Kamera sich vorzubewegen. Ähm. Können wir jetzt hier vorangehen? Oder nicht? Wir können hier uns was angucken. Okay, wir können auch wieder rausgehen, glaube ich. Aber eigentlich, denke ich, ist das noch nicht so gut, oder? Sollen wir nicht weiter im gruseligen Raum bleiben? Ist ja so schön, muckelig da drinnen. Komm, zeig mir mal. Ah, hier können wir hin. Okay. Was ist echt unheimlich? Auch da gehen wir um die Ecke, bis das Vieh vorn steht. Ich warte nur drauf. Vor allem das Atmen macht mich leicht nervös. Wir gehen zur Tür. Bitte lass es hell sein. Dankeschön. Okay. Wo sind wir hier? Unsere Taschenfreundin. Ach ja, okay. Dann reden wir wieder mit Tasche. Tasche. Hi Sam. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Könntest du mir einen Gefallen tun? Bitte stecke für mich vier Nägel in Teddy. Tasche, bitte. Ja, das machen wir. Ich habe nämlich zufällig Nägel dabei. Ich hoffe, diese Nägel tun ihr weh. Du bist mein bester Freund, Sam. Nimm das hier. Ah, und jetzt kriegen wir die Platte. Armer Teddy. Allerdings. Armer Teddy. Aber da wir das Rätsel, das andere gelöst haben, haben wir die Nägel schon dabei gehabt. Sehr schön. So, ein gruseliger Kühlschrank. Was haben wir da drinnen? Ja, wir öffnen die gruselige Kiste und finden... Du hast mich vergiftet. Warum? Warum hast du mich vergiftet? Ich war doch gut zu dir. Wer bist du? Still. Ich habe dir vertraut. Je ratzig. Je ratzig? Ich habe dir wirklich vertraut. Trifft Jack? Ach klar. Oh Gott, sein Kopf. Oh. Äh, wer hat denn denn... Wer macht denn sowas? Echt das eklige Vieh, was uns da die ganze Zeit... Der Typ, der uns verfolgt? Je ratzig. Das ist ein umgedrehtes Wort. Ich mache hier nochmal ein Foto. Können wir hier auch nochmal aufmachen und ein Foto machen? Oh krass, jetzt ist hier sein Kopf drin, ne? Okay. Oh, da ist noch ein Zeitungsartikel. Den heben wir auch nochmal auf und lesen den natürlich. Okay. Vielleicht war es ja auch die Frau. Und deswegen Mutter. Vielleicht haben wir hier ja noch eine Mörderin. Da ist noch eine Münze. Ich habe noch eine Münze gefunden. Wie viele habe ich jetzt? Wie viele Münzen? Neun von zehn. Hey. Cooles Ding. So, dann gehen wir mal. Aber irgendwo fehlt mir noch eine Münze. Ah, wo ist das Vieh? Ist hier vielleicht auch irgendwo noch eine Münze? Ich meine... Ich habe Angst. Es war so klar. Es war so klar. Und er hat keinen Kopf. Weil das halt Jack ist ohne Kopf. Ja, der wandelt hier ohne Kopf rum. Aber wo ist die letzte Münze? Bestimmt irgendwo beim Kühlschrank oder so. Was wollte ich jetzt eigentlich? Was wollen wir jetzt eigentlich? Wir haben noch das Fernrohr. Ach ja, die Metallplatte. Die wollen wir wegbringen. Ne, die müssen wir aber nicht hier hinbringen. Die müssen wir hinter uns bringen. Dazu müssen wir wieder hochklettern. Und weggehen hier. Und glaube ich, nach oben gehen. Oh, nur noch eine Münze? Dann hätte ich alle. Jetzt will ich eigentlich die Metallplatte schon wieder ungern da reintun. Ich will doch die Münze finden. Aber hier gab es ja auch schon eine. Deswegen glaube ich nicht, dass die hier ist. Naja. Packen wir mal die letzte Platte da rein. So. Und jetzt sollen wir hier irgendwas nachbauen. Ah. Okay. Mal gucken. Vier. Vielleicht, dass das in der oberen Reihe immer vier ergibt. Zwei, drei, vier. So. Dann sollen hier oben fünf sein. Fünf. Und nochmal fünf. So. Dann. Tja. Moment. Jetzt haben wir aber wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Unten sollen jetzt aber auch hier wieder fünf ergeben. Das tun sie hier nicht. Vier. Gibt es hier nochmal oben vier? Nein. Zwei, drei, vier. Zwei, vier. Kann man den denn insgesamt auch ändern? Oder so da drinne? Nee. Vier. Vielleicht muss ich es hier auch ändern. Das geht auch nicht. Hä? Warte mal. Jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt geht es ja auch nach Reihe und das kann ja gar nicht gehen. Jetzt bin ich verwirrt. Hm. Also, wir haben hier vier, da fünf und da auch fünf. Aber die Frage ist, hier sind vier, fünf, fünf. Ob das jetzt so geht oder so oder... ähm... Oder ob ich ganz falsch so denke anscheinend schon mal, sonst hätte es ja schon geklappt. Und dann passt es ja sowieso mit den anderen schon immer nicht. Wie wollt ihr das denn jetzt hier haben mit den dreien? Meine Lieben. Denn so viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht, bei so wenig Augenzahlen, die wir hier auch haben. Ähm. Und ich kann mich ja auch nicht nur nach der oberen Reihe orientieren. Da sind ja auch noch mehr, nö? Aber nach welchen geht es denn jetzt? Ja, das... Brauche ich ja nicht drücken. Oder... Zwei, drei, vier nochmal. Zwei, drei, vier, wie ich vorher gedacht habe. Das sind fünf. Das sind auch fünf. Das ist aber nicht richtig. Und ich glaube, das würde auch von alleine wahrscheinlich grün leuchten, wenn es gehen würde. Dreh die Scheiben, um das oben gezeigte Muster zu bilden. Ja, aber wie? Hm. Fünf, vier, drei. Nach unten hin. Vier, fünf, fünf oben lang. Das Ergebnis wird so aussehen, als wären die Muster übereinander gemalt. Hä? Ach so. Wenn man die drei Platten übereinander schiebt, dass es dann die Zahlen ergibt, sozusagen. Ah, okay. Warte mal. Dann vier, fünf. Weil... Ich nehme jetzt nur mal den rechten. Das sind zwei und zwei und noch einer. Das sind fünf. Aber dann haben wir hier nur eins, zwei und das wären nur drei. Geht also schon mal nicht. Zwei, vier, fünf. Das vielleicht. Zwei, vier... Ne, das wären dann sechs. Das geht auch nicht. Einer, einer. Nehmen wir mal hier nur den Einer. Das sind dann vier, wenn man sie übereinander legt. Geht aber schon mal nicht, weil es dürfen nur vier sein. Also muss auch irgendwo nur einer hin. Zwei, drei... Ne, das geht auch nicht. Hier gibt es nur zwei ja, also bei dem ersten Kästchen hier. Jetzt verstehe ich das erst. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Eins, zwei, drei. Das wird nicht reichen. Zwei, vier, sechs geht natürlich auch nicht. So vielleicht. Warte mal, ne. Zwei, drei, vier, fünf. Das geht. Zwei, vier. Das geht schon wieder nicht. Zwei, vier, sechs. Das geht auch nicht. Hier gibt es ja auch nur immer... Ja, hier ist einer dabei mit einem Einer. Zwei, drei, vier. Oh Gott. Man muss sich ja auch eigentlich nur nach einer Zahl orientieren. Ich kann natürlich auch hier einfach die mittige drei nehmen, aber die geht wahrscheinlich eh immer. Deswegen bleibe ich einfach mal bei der oberen Reihe, wobei man könnte auch die unteren Dreier nehmen. Vielleicht ist das auch noch einfacher. Die unteren Dreier, dass die drei immer ergeben. So, drei. Das geht, aber das geht nicht, das ist viel zu hoch. Eins, zwei, drei. Und zwei, vier, sechs. Das geht schon mal gar nicht. Eins, zwei, drei, zwei, nein. Drei, drei. Wie soll denn das drei ergeben? Hey, je, mi, ne. Möglichst viel mit Einsen eigentlich nur, weil sonst sind es eh immer zu viele. Eins, zwei, drei, zwei, vier, sechs sind es schon. Wie soll denn das hier unten drei ergeben? Wenn das denn so stimmt, dreh die Scheibe, um das umgezeigte Muster zu bilden. Das Ergebnis wird so aussehen, als wären die Muster übereinander gemalt. Weiß nicht, wie das hier je, wenn hier unten zwei Dreier sein soll, wie das gehen soll. Mit der Mitte geht's gerade zwei, drei, aber das ist auch schon wieder zu viel. Ja, so haben wir jetzt drei. Die rechten alleine zweifeln, das sind schon wieder sechs. Das geht nicht. Gibt's hier irgendwie noch nur einen Einer? Keine Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht habe ich das doch auch noch nicht richtig verstanden. Als wären die Muster übereinander gemalt. Das sind für mich die Musterpaletten hier und... Menno. Eine Vier zu basteln ist ja nicht so schwer. Aber die Frage ist auch, ob alle drei Dinger dann übereinander gelegt werden. Aber ich nehme mal an, schon. Schade, dass es hier keinen Lösungsbutton oder so gibt. Weil das mag ich hier gerade nicht, das Rätsel. Oder ich habe es nur noch nicht verstanden, aber mit dem oberen würde es ja noch gehen. Aber alleine diese kleinen Zahlen hinzukriegen, finde ich jetzt gerade etwas verwirrend. Deswegen mache ich jetzt tatsächlich kurz mal wieder einen Cut, sonst hängen wir jetzt hier ewig. Und nur damit ich das verstehe, also ich will es nur kapieren. Vielleicht schaffe ich es dann auch alleine. Und weil ich nicht weiß, wie man, wenn man die drei Dinger jetzt übereinander legen würde, wie man dann die zwei Dreien alleine hinkriegen soll. Das verstehe ich nicht. Weil wir haben hier nirgendwo unten zwei Einsen, dass das gehen könnte. Hier hätten wir die Eins rechts, Drei und nochmal zwei dazu, ist schon wieder viel zu hoch. Also das ist für mich das Verwirrende. Eins, zwei, das sind dann auch schon wieder vier. Deswegen schaue ich mal eben nach, bis gleich. So, also ich habe mich schlau gemacht und zwar ist von mir zu, ja, weiß ich nicht, ob man es schwieriger nennen kann oder nicht, gedacht, dass ich denke, man muss die Zahlen rausbekommen. Sondern es ist wirklich nur so vom Muster her gedacht, wie es jetzt hier auch heißt. Das Muster, nicht die Zahlen. Und ich denke die ganze Zeit, ich muss ja die drei hinbekommen. Tun sie auch, wenn sie denn dann übereinander lappend richtig liegen. Und dann werden die ja nicht zusammengezählt, wie ich es gemacht habe, sondern sie liegen quasi nur übereinander. Also man muss sich eher visuell vorstellen. Und das versuchen wir jetzt nochmal. Dann ist, passt das schon? Dann würde hier zwei sein und da auch. Das geht auch. Zwei, vier, fünf. Das würde dann hier aber wieder nicht gehen. Vielleicht finden wir da noch eine bessere Lösung. Genau das würde gehen. Und dann fehlt uns hier aber noch einer. So, damit wir da auch die Punkte haben. Okay, warte mal. Das geht auch, das geht auch. Dann müsste hier eine Eins hin vorne. Genau, machen wir das so. Eins, eine, drei, drei, drei. Vielleicht so. Nein, das stimmt noch nicht. Da ist noch irgendwo ein Fehler drin. Okay, ich orientiere mich jetzt gerade mal an dieser Fünf hier unten. Dann hat man hier so visuell die Fünf dargestellt. Das würde zwar gehen, aber irgendwo fehlt noch was. Die drei, die geht. Ach so, weil da hier der eine Punkt wieder fehlt, ne? Stimmt. So, dann drehen wir das Ganze nochmal um. Machen wir das so. Ich überprüfe das nochmal. Hier die drei. Aber das passt mit dem nicht überein. Nein, das geht so nicht. Dann machen wir das so. So, Punkt. Punkt, Punkt. So, jetzt haben wir es. Ha! Okay. Also, es war für einen Bruchteil einer Sekunde jetzt, aber ich habe mich nur an der Fünf hier orientiert und die Platten halt so hingelegt, dass die Würfelaugen, ihr könnt ja sonst schnell nochmal Pause drücken und dann hat man das sich einfach nur visuell dargestellt. Also es geht doch einfacher als ich dachte. So, mir fehlt eigentlich noch eine Münze, aber okay. Wehe, die finde ich nicht noch. Dann bin ich enttäuscht. Sehr enttäuscht. Wo soll es denn jetzt mal hingehen? Ah, jetzt gehen wir wieder zurück. Ach, die Dreh kriege ich auch nie raus hier mit den Pfeilen, obwohl ich es in der ersten Episode schon ganz gut geschafft habe. Ähm, raus mit dir bitte. Na, jetzt ist hier eine schöne Blutspur. Geh mal hinaus. Wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Haben wir jetzt irgendwas geöffnet? Was? Ja, wir klettern mal runter. Oder war da noch irgendwas, was wir nicht... Ich will meine Münze haben. Meine eine fehlende. Schweinemünze. Aber hier war die ja schon. Ich guck noch mal hier überall hin. Ist sie da? Ist sie hier? Ist das eine Münze? Nein, das ist einfach nur der Nagel, wo das fest ist, ne? Ich guck einfach nur noch mal genau jetzt. Gehen wir hier noch mal durch. Sollen wir auch lang? Wo soll es jetzt lang gehen? Wir sollen uns hier drehen. Achso. Gehen wir hier durch. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich glaube, die hatten wir aber auch schon. Habe ich hier noch nicht ein Foto gemacht? Soll ich das mal machen? Ne, hier ist nichts. So, dann gehen wir durch die Tür. Die Schranke ist ja jetzt offen. Oh, jetzt ist die Münze bestimmt weg, weil die Episode vorbei ist. Wow, es ist Tag. Voll freundlich und so. Yay. Okay. Na nu. Alles, da ist nichts drin, ne? Warte mal, da oben. War da eine Münze? Nein. Ich bin voll Münzengeil. Irgendwie so. Was ist los mit mir? So, irgendwie ist alles wieder okay gerade hier. Guck mal, Reaching Dream. Alles in Ordnung. Und ich habe die letzte Münze natürlich nicht gefunden. Shit. Ha. Meister des Verfalls als Errungenschaft. Oh, schade. Ich frage mich, ob ich das alles nochmal machen sollte, einfach nur um die letzte Münze zu finden. Ja, die war bestimmt beim Kühlschrank oder so. Ich glaube, da habe ich noch nicht so richtig gesucht gehabt. Die Musik ist aber voll schön. Jetzt ist die Frage, gibt es noch eine dritte Episode? Die gibt's. Und die spielen wir. Natürlich. Episode 3. Auch wenn die Musik sehr schön war, wollen wir natürlich wissen, wie es weitergeht. Und so viel Zeit haben wir nicht mehr für diesen Part. Also geht's weiter. Was ist ein Freund? Ja, wir sind ja wieder angekommen. Sollen wir jetzt nochmal uns hier umschauen? Oder? Oh, jetzt darf ich wieder neue Münzen sammeln. Wird wieder nicht alle finden, bestimmt. Und immer muss ich in diesen Schrank reingucken, wo eh nichts drinne ist. Hm. Na gut. Ähm. Ja. Okay, ein sehr langer Flur. Es scheint ja auch alles wieder in Ordnung, hier zu sein. Da ist Zimmer 3, wo wir auch waren. Haben wir eigentlich noch Sachen jetzt? Nö, wir haben gar nichts mehr, ne? Voll doof. Da ist ein WC, da gehen wir mal rein. Tori war's hier. Tori schon wieder? Kennen wir ja schon. Nein, ich möchte hier noch keine Fragezeichen benutzen. Hier gibt's anscheinend... Warte, da war noch was? Oder nicht? Oder nicht? Ne, jetzt sind wir wieder weggegangen. Woanders. Egal. Gehen wir hier mal weiter. Gucken. Da war aber noch eine Schublade, glaube ich. Ich möchte das nicht übersehen. Da. Hier. Haha. Was ist das hier? Schublade, sag ich doch. Mit nichts drinne? Hm. Okay. Dann nicht. Oh, Jirazic Roth. Verschlossen. Na. Ein guter Appetit braucht kein Dressing. Echter Spaß. Ja. Toll. Okay. Können wir hier irgendwas denn machen? Vielleicht ist das ja auch schon wieder ein Hinweis für ein späteres Rätsel. Das ist unsere Tür. Die brauche ich nicht. Gehen wir mal nach links nochmal. Hier hin. Können wir hier nichts angucken? Hm. Schade. Dann gehen wir mal hier hin. Zu zwei. Oh Gott. Psst. Komm her. Ich bin Raphael. Ich bin Sam. Nett. Nett dich kennenzulernen. Hast du Schlaftabletten? Tut mir leid. Hab ich nicht. Oh, jetzt kann ich das liegen. Hm. Die Träume, die ich habe, die bringen mich um. Ich habe schon seit Ewigkeiten mehr keine einzige Nacht geschlafen. Ich habe besser geschlafen mit einer Schlaftablette, die mir die Latina gegeben hat. Die verdammten Ärzte, die ich nehme, verdrehen mir das hier. Die Schlaftabletten, die anderen. Deine Träume in diesen Ort. Oh, ich muss meine Kamera, glaube ich, mal ändern. Mache ich im nächsten Part, dann mache ich die mal woanders hin. Dann kann ich das hier auch besser lesen. Und ich dachte natürlich, ich packe sie extra so hin, damit man alles sieht, weil sonst immer alles oben links und rechts ist. Deine Träume. Ja, echt seltsam. Meine Träume sind teils so real, dass es mir schwerfällt, zu sagen, ob ich wach bin oder nicht. Und dieser Junge, er ist hier die ganze verdammte Zeit. Welcher Junge? Nee, nee, das ist sein Name. Ach, der ist Nene. Da sieht man doch immer bei dem Stuhl, bei dem The Ring rauschen. Da stand doch immer Nene auf dem Boden. Er ist der Grund, wegen dem ich hier bin. Wie war noch dein Name? Sam, warum bist du hier? Hat dich deine Freundin verlassen? Lange Geschichte. Geldprobleme, Depressionen, Drogen und Panikattacken. Immer dasselbe, was? Irgendwas mit einem Wort? Was weißt du vielleicht über den Ort? Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Ort ist, um geheilt zu werden. Ich habe diese Psychiaterin seit gestern nicht mehr gesehen. Sollte die nicht hier sein, um uns? Du weißt schon. Bin mir ziemlich sicher, dass es in New Jersey bessere Einrichtungen geben muss, wo kranke Typen wie wir vielleicht besser geheilt werden könnten. Okay, dann Latina, Tori. Mann, die ist echt ganz unten angekommen. Den einen Tag war sie voll auf Droge, hat die ganze Zeit geweint. Den nächsten Morgen war sie weg. Das stimmt, da stimmt was nicht, Mann. Also, Tori ist die Latina. Das erinnert mich an etwas. In meinem Traum war ich in einem Raum voller Fotos von einem Mädchen, vielleicht mit langen schwarzen Haar. Mann, ich sage dir, die Träume in diesem Gebäude sind echt gruselig. Die Nacht, die ich mich zum Schlafen lege, lande ich an einem seltsamen Ort, laufe herum und versuche... Hm? Es fühlt sich so an, als würde ich sterben, wenn ich nicht schnell genug aufwache. Ich habe auch angefangen, solche Träume zu haben und jemand verfolgt mich. Wer? Weiß ich nicht. Eine blutige, verrottete Figur wie eine Schaufensterpuppe. Das ist gruselig, mein Freund. Nene, folgt mir. Die ganze Zeit läuft neben mir her, lässt mich immer wissen, dass er da ist. Wer ist Nene? Das erzähle ich dir ein anderes Mal, aber eines ist sicher, ich habe echt Mist gebaut. Okay. Ich möchte aber jetzt nicht mehr nach Tori fragen. Jetzt habe ich schon wieder gedrückt. So, kann ich jetzt weg hier? Okay, so, dann mit Escape eben. Flattet irgendwie so ein Vieh rum. Mh, mh. Ähm. Dann gehen wir da mal rein, wenn offen ist, dann gehen wir da hin. Oh, schon wieder das Ringrauschen. Ist jetzt schon wieder alles so verzerrt? Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich komme nicht ran. Jetzt auch manchmal immer so Realität. Jetzt sind wir nämlich schon wieder irgendwie in dieser anderen Parallelwelt. Ja, wir untersuchen das. Kiss me, date me. Was können wir denn hier mal schönes reinstellen? Keine Ahnung. Ähm. Und wo sind eigentlich meine Münzen? Das sind doch die wichtigen Fragen. Also da können wir irgendwas bestimmt noch reintun. Wir gehen mal wieder raus. Oh, was haben wir denn hier? Aufheben, Taschenuhr. Aha. Schauen wir uns mal an. Unser erstes Utensil. Da ist ein T drauf. Vielleicht für Tori. Hm. Gut. Dann gehen wir. Wenn wir gehen können. Können wir gehen? Oder können wir nicht gehen? Können wir die Taschenuhr da vielleicht jetzt reintun? Ja, können wir. Ja, doch. Zeitreisend. Okay. Ja. Nee, ist klar. Hä? Was ist denn hier jetzt passiert? Sie ist verschlossen. Ich bin verwirrt. Wie bei das Spiel manchmal. Da ist meine Münze. Ich sehe sie ganz genau. Ja. Manchmal sind es auch einfach nur Flecke. Und so war es wahrscheinlich in Episode 2 auch. Voll ärgerlich. Aufheben. Messergriff. Wir gehen durch. So. Was haben wir hier noch? Schönes. Sie lässt sich nicht öffnen. Nein. Dann nicht. Untersuchen. Wahrscheinlich werden wir dann noch die Messerspitze finden. Dass wir das dann kombinieren können. Für ein Messer. Mit dem wir uns hoffentlich nicht wehren müssen. Oh Gott. Es ist so unheimlich hier manchmal. Ich würde mich hier gerne eigentlich drehen. Aber wir gehen einfach mal weiter. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Hä? Ich bin verwirrt. Ich wollte doch noch gar nicht zurück. Ach, wir sind aber noch rückwärts gegangen. Ah. Nee, dann gehen wir noch mal weiter. Ich glaube, ich hatte mich umgedreht deswegen. Äh, jetzt habe ich mich umgedreht. Na genau, hier wollen wir mal durch. Zu diesem roten Flackern. Oha. Hier ist so ein Schrank. Eine Münze. Yay. Wie viel sollen es denn diesmal eigentlich werden? Zehn wieder. Okay. Na, ob das was wird? Keine Ahnung. Hier können wir auch durch. Hm. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Cut an der Stelle. Zwar nicht die spannendste Stelle überhaupt, aber es muss sein, weil die Zeit ist leider um. Ähm, ja. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Aber irgendwie will ich jetzt doch auch sehr wissen, was hier so los ist und was es mit Tori auf sich hat. Und überhaupt, dann werde ich die Kamera nochmal umstellen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Decay the Mayor. Bis dann.